Bierbrauen ist eine Fertigkeit, die Erfahrung und den sorgsamen Umgang mit den Rohstoffen verlangt. In der Ratsbrauerei zum Bäumel in Rhein am Lech versteht man sich meisterhaft auf diese Kunst. Neben den hausgebrauten Spezialitäten von Braumeister Josef Bäumel können Sie hier zudem internationale Biere und Weine sowie spritzige Drinks genießen. Für den kleinen Hunger gibt's in dem urgemütlichen Wirtshaus leckere Snacks, Rahmfleck und Flammkuchen, die man auch in vegetarischen Varianten serviert. In den warmen Jahreszeiten können Sie sich die Köstlichkeiten auch im schönen Gastgarten zu Gemüte führen. Sie planen eine Feier? Die Wirtsleute freuen sich schon darauf, Sie in Ihrem rustikalen Kellergewölbe oder im Saal, der bis zu 100 Personen Platz bietet, willkommen zu heißen. Hausgemachte Bierspezialitäten und Oldies, die jeder gerne hört. In der Ratsbrauerei zum Bäumel braucht man nicht mehr, um sich rundum wohlzufühlen.